Ja, im Urlaub habe ich das schon mal gemacht und ich fand das eigentlich ganz cool. Also würde ich jetzt nochmal probieren. Ja, ich war da schon mehrmals drauf und es gefällt mir. Ja, ich war auch schon mehrmals drin, ich hatte mir auch immer Spaß gemacht. Wir, die Familie Becker, sind in der dritten Generation Schausteller und betreiben dieses Geschäft, Waterball Action. Ich finde das auch sehr schön, dass sie so ein bisschen was fürs Gleichgewicht tun, dass mal hier nichts elektrisch ist, sondern dass sie mal mit dem eigenen Körper hier arbeiten müssen. Das finde ich mal eine sehr tolle Sache. Mit unseren Spezialbällen können die Kids übers Wasser laufen. Mein Name ist Richard Becker, wir betreiben das Geschäft Beckers Waterball Trip und befinden uns zur Zeit auf der Kranger Kirmes. Unsere Kittys, die können hier in den Ball laufen, toben, springen, hüpfen, was das Herz begehrt. Also ich freue mich jetzt hier mit meinem Freund rein zu gehen und dann mit ihm einfach über das Wasser mit dem Ball zu gehen. Wir gehen in den Wasserball rein und da kann man dann halt so da dringend laufen und dann ist der im Wasser und das macht Spaß. Die Spezialbälle werden aus dem Wasser geholt, dann können die Kinder einsteigen, der Ball wird mit neuer Luft gefüllt und dann kann der Spaß losgehen. Unsere Wasserbälle gibt es in verschiedenen bunten Farben. Insgesamt können die Kinder fünf Minuten auf dem Wasser toben. Unsere Wasserbälle werden täglich einmal desinfiziert, mit dem Hygienespray. Einzigartig an so einem Geschäft ist unsere riesen Spezialrolle, wo vier Kinder reinpassen. Das ist richtig cool, weil man auch denkt, dass man direkt im Wasser ist und das ist einfach ein richtig cooles Gefühl. Wir benötigen für unser Geschäft eine Grundfläche von 12x12 Metern. Unser Geschäft wird mit modernster LED-Technik betrieben. Wir benötigen zehn Stunden zum Aufbau des Geschäftes und circa vier Stunden zum Abbau. Das ist unsere moderne Fotowand, die auch von den Kiddies sehr gern genutzt wird. Bei uns haben die Eltern und ihre Kids die Möglichkeit, sich auch einmal auszuruhen. Unser Geschäft hat das Thema Dschungel. Ich kann bestimmt auch Figuren drin machen. Ja, das war cool. Ich konnte viele Bewegungen machen und sowas alles. Besuchen Sie Becker's Waterboy Action. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Aufzählig. wolf Musik Becker's Waterboy Action Musik Musik Becker's Waterboy Action